da unter die unter die adres der ist unter dir ich hab den gerade gesehen die rein ja und war bei kürze bei kürze ist nicht mehr stark das sind beide woche was auf das back genau da wo du mir das so macht nix pack nix planke raus auf einmal ums haus an die jetzt stürb aber nicht nein tippe nicht ich habe eine eine termite ladung ist zerstört an termite ladung ist zerstört hinter mir ist aufgegangen und hinter dir bei dir also wer ist gekommen von oben habe ich da unten hier unten sind zwei stück ich bin doch hier im raum und das frost das jäger wo du auch wenn du aufmachst rechts sitzt kessel ok wartet im turm ist einer den hole ich mir aber ich habe puls ja gut ist wichtig sehr gut stark da hinten unten ist einer da wobei die andere ist hab ich hier ist auch noch einer das fenster hier ist offen aber keiner tot ich habe kapkan Das ist hier in der Ecke, das ist da in der Ecke, ah ist tot. Was ist da? Das ist Bart. Was ist da? Was ist da? Wo ist der? Habt ihr Kameras? Was ist da? Da kommt noch einer, da kommt noch. Blitz! Bam! Ich hab das hier oben im Auge. Immer mit der Drohne rein. Ich hab Jäger. Die kommen durch die Garage. Da war zwei Stück gerade. Sehr gut. Haupttür kam auch zwei. Ja. Warte ich schon mal. Blitz kommt Haupttür. Pass auf, hinter uns. Fenster. Ah ok, danke. Ist hier? Ich kann nicht raus. Ich hab kein Leben mehr. Ich weiß nicht, hinter uns auf jeden Fall Fenster. Siehst du wo der ist? Nein, hier ist keiner mehr. Oben rechts, Blackbeard. Oben rechts. Wo ist der letzte? Markiert den mal. Der ist hier im Nebenraum. Das Blitz kommt von zwei Seiten. Kommt von zwei Seiten. Kommt rein. Ich bin drin. Ja. Sehr gut. Warum kommt ihr denn? Ich hab's easy drauf ey. Ja. Ich glaube ihr habt Pulse im Raum, oder? Natürlich Sehr gut Oh, 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 jetzt noch einer Wohl, bau, bau, bau Was läuft hier, ey? Hab ihn eigentlich fast erwischt Ich guck kurz, wo der ist, warte Der ist da hinten, hinter dem mittleren Fenster ist der, wenn du C4 hast Wir haben eine Granate Okay Da ist gerade eine Richtung Runtergelaufen Ja, runtergelaufen Ja, runtergelaufen Oh, Alter, dass mich das nicht erwischt hat, das ist ein Wunder Das ist ein Wunder, Leute Wo ist das C4 gekommen aus dem Schlafzimmer? Naja Wer ist eigentlich tot von euch? Ich Ich Und ich Aboll, Junge Was los? Den Spawn Trapper habe ich auf jeden Fall Also ich bin nicht mehr im Kinderzimmer Vorsicht, C4 Ja, jetzt weiß ich nicht, wer noch drin ist, ne? Chaos wollte nur sterben, damit er essen kann Bist du reingegangen, Lukas? Ja Ja Gut I'm such a fucking Äh, was? Alter, Jungs, wir sind so krass, Mann Boah, war das ein Headdy Warte, ich komm von der anderen Seite Warte, ich komm von der anderen Seite Damn, Daniel Hier hat keiner mehr was drinnen, ne? Auch schon entdeckt Da hinten ist ne Kamera Jawoll Guck dir mal das an Ich hab aber gesehen, woher du geworfen hast, du Schwachkopf Sehr gut Sehr gut Guck Guck Aus 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 Vielen Dank.